hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video heute wieder mit minecraft das ist jetzt auch neu mit minecraft kraft kraft able serie 1 ist eine blind box und da ist eine so eine figur drinnen die hier gibt es alle ich auch sehr schön finden dieses rot innen drin das gibt es in mehreren farben blau glaube ich auch noch grün gelb so standard farm ich habe mir rot geholt es gibt zehn zum sammeln und ja sieht so aus wie so ein block hier so aber der ender dragon fight also dann gibt es ziemlich selten ich glaube in jedem 10 oder so die anderen sind alle normal deswegen hoffe ich mal dass wir den bekommen ansonsten ist es auch nicht zu schlimm am besten gefällt mir der hier und ich mag ja total gern hier den wolf auch ziemlich cool wenn wir den kommen würden ja das hat so ein bisschen teuer muss ich sagen muss gerade nachschauen hat 9 euro gekostet ist jetzt nicht gerade billig aber das ist zu hoch mit minecraft hier oben kann man aufmachen ich will jetzt gerade nicht reinschneiden mache ich das jetzt mal ganz vorsichtig okay ich hab's jetzt aufbekommen und mal schauen kann man hier echt schwerer auf aber es ist auch wiederum ja ich hab's jetzt hier so ein bisschen aufbekommen innen drin ist eine rote box so hier das ist einfach so durch dann holen wir die mal raus ich stelle das mal auf die seite ja die box ist eigentlich ziemlich cool und mal schauen was da jetzt ist okay da ist nur sowas gut das ist diese hinten frisch hier die eigentlich nur das hier ist jetzt dabei das ist denn so nach verpacken hier ach ich weiß es jetzt einfach auf weil sonst schneide hier jetzt durch das gebe ich auch mal auf die seite dann schauen wir mal das ist sogar der mund die gehört die gehört das jetzt zu rein oder also das muss so rein war das geht ein bisschen hart auch ist das schon richtig ja das war's das ist auch das kann man so bewegen also das ist wie war so ein das kommt man ja nicht rein hier ach sorry okay ich glaube ja ja also so sieht der tinten fisch hier aus dann müssen wir auch auch da war echt cool aus muss ich sagen das gehört so hin und dann kommt das hier oben drauf und dann kommt das teil hier noch so rauf oder so schief und da oben dann noch rein und dann kommt das teil hier noch so rauf oder so schief und da oben dann noch rein ich glaube ich mache das jetzt so sonst bekomme ich das hier nie rein es geht echt ein bisschen schwer rein aber dafür haltet ist dann besser ja ich weiß gerade nicht ob das jetzt stimmt ich glaube ich bin dafür zu inkompetenz das ach so okay so geht das rein ich dachte schon jetzt kriegen wir das nie mehr rein okay so ein fuß kommt hier so rein das sieht ja alles gleich aus der andere kommt hier rein ja ja so wir haben es endlich geschafft ich finde das modell ziemlich nett genau wie die anderen alle die box ist auch ziemlich cool ja also finde ich auf jeden fall cool und dann würde ich sagen bis zum nächsten tschüss tschüss